So Leute, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Dein Light. Und wir rotten jetzt eine Möchtegern Apotheker aus, aber hier Stacheldraht, das würden wir vielleicht nicht machen. Da auch, scheiße. Gute Nacht, Mr. Bräu. Ah, hier. Hallo. Alter, was die für eine Defense haben. Da steht einer. Sind die feindlich? Alter, die haben krasse Masken. Ey, sind die feindlich? Ich hab keine Ahnung. Wie mach ich die Jungs am besten fertig? Am besten, wenn ich Zombies irgendwie reinlassen könnte, ne? Oder kann ich eigentlich... Sind die freundlich? Wenn ich da jetzt hingehe? Ich glaub ja nicht. Egal, rein ins Vergnügen. Moin! Oh, okay. Die tun mir nix. Bento, das ist der Typ. Deine Mutter! Alter, deine Mutter ist tot! Wow! Was? Ah! Oh, shit! Okay. C. Shit! Ah! Fuck! Und weg mit dir, Junge! Hä, der ist daran gestorben? Premium-Wurfsterne. Warte mal. Premium-Wurfsterne? Böller. Warte, äh, und jetzt? Hä? Ah! Nein! Kommt die hier hoch? Nee, oder? Ich... Wurfstern, hallo? Wie, wie wechsle ich das? Bin echt verwirrt. Mit, mit dem Pfeiltasten nicht? Mit W, A, S, D nicht? Mit... Mit dem... Lol. Achso, einfach einmal drücken. Okay. So, mit welcher Taste war das? Rechtsklick? Effektiv. Lol. Lol. Schlitz! Okay, das war Premium, Leute. Da hinten steht noch einer. Warte mal, da sind... Alter, kann ich die explodieren lassen? Ich hab keine mehr Scheiße. Warte, ähm... Warte mal noch, Böller? Hm. Oder wir arbeiten uns jetzt einfach runter. Warte mal, hier liegt noch ein... Irgendein Schlüssel. Geilo. So, Leute. Warte mal, dann. Guck mal, hier geht's runter. Schleichen wir mal? Ich weiß nicht, wie das Verhalten ist von... Guck mal her, Junge. Komm, hier. Komm zu Papa. Komm! Komm her, Junge. Komm hoch. Ja, 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 komm her, komm her. Brillenschlange, hä? Komm her, Junge, ich hau dir richtig eine Reihe mit dem Arme. Siehst du den Arme, Junge? In dein Gesicht. Ja, lass dein Bimbo vor. Komm, Bimbo. Ah, der, der, der Boy hier, der will kämpfen. Guck mal, der ist heiß. Jetzt kommt er, jetzt, komm da. Komm da her. Seid ihr zu dumm für Treppen, Alter? Äh, 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 äh? Äh? Komm, zwei gegen einen. Ich mach euch beide, Alter. Ich mach euch beide, alle. Komm her, Junge. Wart hier. Komm, hier so. Gegen das Gitter, Junge. War, weg, gebt auf hier, Junge. Komm her. Und weg. Hier, so geht das im Auenland. Zack. In die Phrase, Junge. So, da ist noch einer. Guck mal her, Junge. Hey, siehst du das hier? Das sind Böller. Und jetzt kriegst du in die Fresse, Alter. Boah. Alter, das war voll mit dem Kackhammer. Ins Gesicht, Alter. So, Medikit. Jo. Was, wo, was? Oh. Die haben alle Wurfständer dabei. Jo, ich hab die ganze Zeit. Alter, da ist ein Richtig fetter zum... Alter. Okay, gut. So. Äh, warte, jetzt will ich erst mal. Hallo, Waffe wechseln. Hallo. Nicht. Ich will hier die Waffen einsammeln. Nein, aber du... Mann. Äh, wieso holt ihr jetzt keine Waffe raus? Weil ich mich in einem gesicherten Gebiet befinde. Toll. Warte, nein, 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 nein. Nein, N. N. Oder M? M. Äh, in der K. Kann ich die so abwerfen? Hier, die Scheiße brauch ich nicht. X. Und einfaches Wort. Das auch, komm. So. Jetzt haben wir den. Dann haben wir den. Warum wirfst du das immer weg? Alter. Alter. Mann. Arsch. Gesicht. Toll. Toll. Radio. Mach das Radio an. Und dreh richtig laut auf. Wir fahren euch den Sommerregen. Nice. Müll. 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 Hab ich gern. Hier, Spielerversteck. Irgendeine Nachricht. Können wir auch mal irgendwann gucken, was wir da haben. Hier, Müll drinne oder irgendwas. Müll. Müll. Ach, Müll. Loll. Verbände, ich Idiot. Nicht schlafen. Darf man nicht. Alles klar. Kontaktieren Sie den GR. Hey, was ist das? Ist der blaue Pfeil? Hey, was suchst du denn da? Alter, das ist ein Reißboll. War die Wachheit besser? Die Angst? Die Schrottfunk? Alter, was laberst du? Man hat den Unterschenkel amputiert. Und Tahir musste stoppen, wie lang es dauert, bis er verblutet. Legitime Strategie. Tötet man einen Feind, hat man einen weniger. Aber verletzt man einen, dann ist der Verletzte außer Gefäng. Und mindestens zwei seiner Kameraden müssen sich um ihn kümmern. Drei zum Preis von einem. Sadismus hat wohl auch sein Gutes. Unter den Regeln ansteckt. Oh, lecker. Du bist ja ein echter Komiker. Was? Was? Wer bist? Wat? Kann ich dich töten? Nein. Oh. Guck mal hier. Das macht dann 1,30 Euro. Ich habe nur unverteilte Punkte hier, ne? Guck mal hier. Kraft, alter. Jetzt wird es, jetzt wird es geil. K.O. Tritt. Es besteht eine 15%-ige Chance, dass Sie Ihre Gegner mit einem Tritt ausknocken. Ach, bewusstenlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken Sie Ihren K.O. Tritt E. Ach, ich kann doch gar nicht reden. Mehrfachwurf. Visieren Sie mit Wurfwaffen bis zu drei Feinde an. Halten Sie recht im Ausgriff... Was wäre dann? Die Tonation. Verdoppelt den von Wurfwaffen zugefügten Schaden. Und hier? Töten Sie in Sekunden schneller ausgenockte Feinde. Drücken Sie zum Ausführen F, wenn Sie vor einem ausgenockten Feind stehen. Oh, das machen wir. Jetzt können wir auch treten, Junge. Komm her. Huah! Judo-Trick! Okay. Ähm, ja. Du war... Du bist toll. Ich lass dich mal hier. So, kontaktieren Sie den... Huah! Huah! LOL! Guck mal, da ist eine Tonne. Siehst du die? In dein Gesicht, Junge. Alter, ich hab mir was gebrochen. Und jetzt F? F, 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 F. Ja, ja, ja. Und jetzt... Schlitz! LOL! Das ist ja... Super lustig! F! 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 Oh Gott, da kommt der Dicke. Der Dicke! Oh! Okay, ich hau ab. G-R-E. Kontaktieren Sie den G-R und E. Geil, oh! Schade, dass die ganzen tollen Waffen nicht mitnehmen konnte, weil ich in der Sicherheitszone bin. Das muss... Das müssen Sie auf jeden Fall nur ändern. Aber Spießjahr noch lange nicht raus. So. Beziehungsweise Ende Januar kommt es ja raus, aber die Version hier wird ja nicht gepatcht. Die Version hier ist von... Mitte Dezember? Anfang Dezember? Ja. Ich freu mich so aufs fertige Spiel. Also, ich plane auch... Wir werden wahrscheinlich den Spielstand nicht importieren können. Aber... Ah, ich weiß auch nicht. Irgendwie müssen wir das weitermachen. Das ist einfach so ein geiles Stück. Nagelbrett. LOL. Ja, aber... Hab ich jetzt wieder den scheiß Hammer dafür weggelegt? Ist das euer Ernst? Ach! Ach so! Ja, ich hab den Hammer dafür. Toll. Geh weg, Junge. Geh da, Schlitz. Oh, da kommt jetzt ein Mädel. Ey, geil. Oh nein. Geh weg. Da rein. Oh, Schlitz mit dem Hacken. Ich will meinen Hammer wieder. Hallo. Da. Geh runter. Tschüss. Ach, da liegt er ja. Toll. Und tschüss. LOL. So, hier kann ich noch Müll durchwühlen. Alter, voll Wolf. Man kann echt mehr so durchsuchen, als ich dachte. Das ist auf jeden Fall cool. So. Mhm. Langsam hau ich es noch mit dem Klettern besser raus. So, GR und I. Hallo. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Brecken und ist definitiv nicht euer Mann. Ne. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Rais. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht? Müssen Sie sich was anderes einfallen lassen? Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Das war gerade ein ganz anderer Turmpfeil. Geben Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Alter, da wird gerade einer vernascht. Okay. Suchen Sie ihn. Ja, mach ich. Gerne. Boah. Ach, das war super weich. Klar. So, jetzt wieder da hinten hin? Echt? Alles klar. Lol. Das hat Schaden gemacht. So. Was haben wir denn? Mhm. 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 D. Oh, Müll. Müll. Noch mehr Müll. Wie so ein Straßenpenner hier, echt. Judo-Trick. Wow. Was ist das denn? Geh weg, Junge. Gebrochen. Alter, warum ist der so groß? Oh, Alter. Voll durch den Zaun gerubbt. Geh weg, Junge. Komm her. Oh, shit. Alter, der Dicke. Alter. Oh. Ich hau euch alle weg. Oh Gott. Alter, wie viel hält der denn aus? Was macht der denn? Weg. Oh. Ich glaub, das war's. Oh. Ins Haus. Weg. Oh. Okay, die hab ich weggeboxt. Oh, kurz reparieren hier. Ins Gesicht. Oh, der ist tot. Der hatte nix dabei. Toll, das war einfach nur ein... Ich dachte, das wär so eine Art Superzombie jetzt gewesen. Na, egal. Aber gut, wenn man viel Metallteile hat, dann kann man immer schon reparieren hier. Immer schön reparieren. Hallo? Drogenverhandlung. Äh, Drogendezernat. Kühlschrank. Oh, geil. Äh. 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 Bada. Äh. 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 Unterm Wagen mit dir. Ich hab gesagt, du sollst dich unterm Wagen verstecken. Hallo. Hallo. Da, genau so. Ja, noch ein Stück. So, was nicht passt. Das Stück wird passend gemacht. So. Schön. Moderne Kunst. Aber habt ihr gesehen? Ich hab doch nicht voll viel Kraft, äh, EP bekommen. Guck mal hier. Ne. Okay. Ja. So. Suchen sie nach der Abwurfsstelle im Kessegebiet. Ja. Ach ja, das sollen wir jetzt hier für den ganzen Boy machen, ne? Kröpper. Oh, du hast wieder eine ungesicherte Sicherheitszone. Drei Viertel aller Pakete kommen im Kessel, oder? Wo? Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfsstelle vor den anderen erreichen. Hä? Unterwegs. Alter, es wird schon wieder Abend, ne? Ich hab keinen Bock, Mädel. Hallo. Alter, die ist ganz schön groß, die Zone. Ohne. Der Lichtfalle aktivieren, das muss ich auch irgendwann mal machen. Sehr, näher habe ich der Abwurfsstelle. Wow! Geh weg, Junge. Jetzt wird gehämmert. Hört mal, wer da hämmert. Oh, Mädel. Hier. Judo-Trick. Schöne Kombination. Aber ich muss das hier irgendwie schnell clearn, damit, äh, die Mädels hier landen können. Eine Statue, schön. So, hoch muss ich dafür, ne? Hier? Aha. So, wen haben wir denn da? Euch trete ich einfach runter. Komm her. Runter vom Dach. Ich sagte, runter. Wow. Der wehrt sich. Runter. Mann. So. Das haben wir. Äh. Warte, da muss ich runterführen. Aha, so. Schön. Ja, hab ich immer dabei, so was. Oh, Mann. Alles klar. Das war's. So, können wir jetzt schlafen? Nee. Ich glaube, man kann echt nur schlafen. Oh, nice. Äh. Überlebensrang. So. Sterne des Schmerzens. Ach, dann kann man hier so auf Wurf... Ach, nee. Auf Werfen gehen. Okay. Eloquent. Falsch sind sie besser. Lahnpreise sinken. Das ist besser, oder? Lähmung, Feuerexplosion. Granaten. Marke Eigenbau. Da bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Das kenne ich so aus. Ich nehme lieber... Ich nehme lieber falschen. Ja. Ja. Ich glaube, er ist später dann auch Wurf. So, was muss ich jetzt hier machen? Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Oh Gott. Das war... Nein, 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 nein. Bleib hier oben. Leute, wie habe ich denn das gemacht? Äh. Ja, woher weiß ich? Scheiße. Das hat die mir gesagt, ne? Äh. Shit. Okay, das kann auch ganz so anders sein. Alles... Wow. Warte mal, da unten sind Kartons. Da kann ich bestimmt weich drin landen. Habe ich recht? Ja, easy. So. Ich soll hier nach einer Abwurfstelle suchen. Das ist toll. Aber... Wohna muss ich suchen? Oh Gott. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Was? Was? Wo denn? Da drin? Oh Gott, Alter. Lass mich auch vorbei, Junge. Tatsache. Ah, da oben aber. So. Ist der wer? Hallo? Wir nutzen? Was? Was? Kommt hier was hoch? Hier kommt nix hoch, oder? Kommt nix hoch. Nein, hier kommt nix hoch. Geht gar nicht. Darf... Nee. So, hoch. Der Typ ist kaputt. Warum ist der kaputt? Plastikteil. Schön. So. Ach so, hier ist der Fallschirm. Ja, okay. Und da ist die Kiste. Nice. So, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Oh, die Musik verändert sich. Na klar, nix drin. Das ist ne Falle, hab ich recht? Okay. Okay, machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Oh Gott. Okay, jetzt wird gerannt, Jungs. Jetzt wird gesprintet, Leute. Alter, das habt ihr noch nicht gesehen. Hier, zack. Easy. Und hier rüber, zack. Und weiter geht die wilde Fahrt hier. Zack. Easy. Da kletter ich hier lang. Da klettert kein anderer lang, die Leute. Zack. So. Keine kann uns aufhalten, Alter. Parkouren nennt man sowas. Zack. Oh. Ja, im Müll. Wollte ich. Hallo, lasst mich durch. Darf ich mal? Danke. Was? Danke, danke, danke. Danke. Danke, danke. Ja. Ja, ja, ja. Guck mal, hier. Alter, da sind Leute. Da sind Menschen. Da sind Menschen. Leute, da sind die. Such einfach Nummer 2. Such einfach das Leuchtsignal. Ich hau den in die Fresse. Alter. Wo? Oh, geh weg, Mädel, Alter. Scheiße, jetzt wird's Nacht. Alter, wie können die denn so schnell da sein? Das geht gar nicht. Okay. Egal. Andere Kiste. Man teilt brüderlich, klar. Oh, Alter. Alter, wo geh ich denn hier lang, ey? Durch Timbuktu. Ah, fuck, ich hätt hochgemusst. Oh, nee, oder? Scheiß muss ich. Ich bin fast da, ob ich schaff das. Alter, das haben die geplant, die Wichser, hier mit dem Tag- und Nachtwechsel. Lass mich durch. Alter, geh da rüber, du Affe. Ich wette, das wird jetzt das erste Mal, dass wir nachts tolle Sachen machen müssen. Toll, ich freu mich. Guck mal, weg hier. Weg. Weil so parke ich auch immer. Ne? Easy. So. Äh... Truhe. Hm. Ah, hier. Guck mal. Ne, hier ist nur der Schirm. Ach, da unten. So, Mädels. Jetzt ziehen wir mal die Atemgeschütze hier auf. Was willst du, Junge? Ich war hier gerade am Prügeln. Hier, Nackenschelle. Junge. Oh! Bleib liegen, Junge. Und du kriegst ne Schelle. Und treten. Alter, der ist ja richtig mitgenommen. Oh! Alter, wir jetzt weggemuscht, Alter. Okay, ich muss hier reparieren, reparieren, reparieren. So, wer braucht noch eine? Du brauchst noch eine. Und du brauchst noch eine. So, das haben wir. Alles klar. Jetzt oder nie. Nice. Aber das kann ich nicht alles schleppen, Alter. Jerry. Crane hier. Ich wollte gerade ein Antizinpaket bergen. Da ist noch ein anderes dabei. Was? Ach so. Wir haben das wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Man soll jetzt das Antizin zerstören, damit Bracken sich anreißt, wenn muss. Ja, ich würde mir auch ein paar einstecken. Weil nämlich, äh, man ja mit Rais hier in Verbindung treten soll. Weil das ja der Terrorist ist. Ne? Wir erinnern uns. Äh, wir sind ja eigentlich hier, um den Terroristen hier zu finden, der die scheiß... Ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Keins? Mist. Mist. Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Altträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Was? Was für Altträume? Hab mich wohl gehört. Was? Was? Ist... Was? Dein Light has stopped working. Ist das euer Ernst? An dieser Stelle... Ich... Alter, ich glaube das nicht. Ich... Glaube das nicht. Was? Ernsthaft? Kannst du nicht schließen? Alter, das ist jetzt die Aufnahme im Arsch. Leute. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, sie ist nicht im Arsch, ja? Krass komplett aus. Okay, Leute. Äh, unter besonderen Umständen... Die heutige Folge, paar Minuten kürzer. Fünf, um genau zu sein, glaube ich. Dafür setzen wir beim nächsten Mal, das verspreche ich, genau an der Stelle ein. Das heißt, es geht genau auf die Sekunde mit Adrenalin pur weiter. Und wir haben hier einen schönen Kleffänger. Also schaltet ein, ne? Tschüss.